Millwall Matches verkacke ich immer. Das einzige, was mich besiegen kann, ist mein Deck. Du kannst den Baby D hinten links spielen und dann kannst du... Muss ich? Ja, du musst, genau. Und jetzt gehen wir rein mit Greyfair. Gehen wir rein mit Greyfair, aber kein Poison. Du nadust bitte alles einfach, wenn er die Value gibt. Jetzt Greyfair, schnell! Okay, der hat Baby D nicht tanken dürfen. Belastet, aber ist okay. Nado mal ein bisschen zusammen, Nado zusammen. Alter! Was? Ich hab solche Schmerzen! Ja, Big Spin. Ich fass es nicht. Du spielst mit Fred! Fred Feuerstein! Nein! Don't hate the player, hate the coach. King Tower ist an, das Ding ist over. Ich kann keinen Turm kriegen und er hat Damage-Leap. Das ist auf der Hölle. Ich hab solche Schmerzen, Mann. Digga, Big Spin, Alter. Warum sagst du denn, er soll seinen King Tower aktivieren?